Hey! Frau Humm, bei Ihnen muss ich nicht fragen, was es international zu spielen und zu schiessen bedeutet. Das sind Sie sich ja gewohnt. Aber so ein Turnier, das wir gegen Juventus 14 ausspielen, aber seit der zweiten Halbzeit an die Wand spielen, das wir gegen AC Mailand 13 zu spielen spielen. Ein positiver Start in die Saison, oder? Ja, es geht. Positiv wäre, wenn wir gewonnen hätten. Es ist sicher ein gutes Test, auch für die Champions League Quali. Wir werden keinen einfachen Gegner mit Minsk haben. Und von daher waren die zwei Testspiele jetzt richtig gut. Wir haben gesehen, im ersten Spiel gegen Juventus haben wir vier Eigenfehler gemacht. Sie werden viermal bestraft. Mit der Meisterschaft können wir uns vielleicht ab und zu einen Fehler erlauben, und es gibt nicht gerade ein Goal. Aber international wird gerade vorgeführt. Heute in der ersten Halbzeit, ja, wieder blöde Goal, die wir bekommen. Wir sind sicher unnötig. Nachher ein wenig zu spät machen wir das 3-1, nachher das 3-2. Und jetzt am Schluss haben wir gemerkt, dass wir unbedingt noch das 3-3 machen wollten. Das ist uns leider nicht gelungen. Aber ja, zufrieden? Ich weiss nicht so recht, ob wir zufrieden sein können oder nicht. Es ist jetzt halt so, wie es ist. Und wir versuchen jetzt die Fehler abzustellen, die wir gemacht haben. Und dann werden wir am Samstag sicher bereit sein gegen St. Gallen. Wenn wir jetzt schauen, die Minsk kennen sie ja sicher besser als ich und jeder Zuschauer. Sie haben ja schon mal gegen sie gespielt. Juventus und AC Mailand, wie würden sie so mehr oder weniger die Qualität haben? Von Minsk jetzt? Ja, wir haben schon zweimal gegen sie gespielt. Aber wahrscheinlich auch wie wir werden sie jedes Jahr ein anderes Team haben. Es ist sicher eine körperbetonte Mannschaft, gross und breit. Ja, wir werden jetzt schauen, dass wir noch 1-2 Videos bekommen, dass wir uns dann gut vorbereiten können. Und das Ziel ist klar, wir wollen die Runde weiterkommen. Wie wichtig ist so ein Turnier beim Vorbereiten der Champions League, aber sogar auch der Saison? Und für Sie auch der Rückkehr in die Nazi? Es ist sicher so, dass jetzt wieder zwei Spiele mehr für die Vorbereitung waren. Wir haben einen kleinen kurzen Abstand dazwischen. Wir hatten nur gestern frei, jetzt heute wieder gespielt. Darum haben wir auch ein wenig geschont oder auch ein wenig umgestellt. Und ja, Testspiele sind immer wichtig. Vor allem jetzt auch für uns. Wir sind ein neues Team eigentlich. Mega viele junge Spielerinnen, talentierte Spielerinnen. Aber wir müssen uns auch noch zuerst finden. Und von dem her sind die Tests extrem wichtig. Jetzt haben wir ja im Schweizer Frauenfussball so fast Return of Hashtag Unbelievable. Was ja zu der WM und EM ein wenig kursiert ist beim Verband. Sie haben letzte Saison lange nicht mitgemacht im Rennen um die Torschutzkönigin. Da haben sie doch schnell mal ein paar Goal geschossen, um gleich 17 Goal zu schiessen. Sie kommen zurück in die Nazi. Man hat schon jetzt Angst vor ihnen gehabt. In der Liga muss man weiterhin Angst vor Fabian Humm. Ja, es ist sicher so, dass ich jetzt den Schritt gemacht habe. Ich gebe mein Comeback in der Nazi. Ich versuche auch dort Goals zu schiessen. Wichtig war für die Mannschaft. Und ja, das fängt halt im Training an. Man muss halt die Goals schiessen. Man muss im Training wieder an seine Grenzen. Und ja, ich denke, ich bin bereit für international auch noch zu spielen. März von Mau. März von Mau. März von Mau. März von Mau. März von Mau.